Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch den Adventskalender, chill mal ab in der Adventskeit Stencil Kalender von Scrapbook Forever zeigen. Der hatte tatsächlich nur sieben Türchen, ist ein Stencil Kalender genau und als ich den bestellt habe, es war im Juni, Anfang Juni, kam ein paar Tage später das Angebot raus, dass wenn man einen richtigen Adventskalender kauft, dann hätte man den als Add-on bekommen. Die Adventskalender bei der lieben Silke im Shop waren aber so, dass man immer so zwölf Tage Silhouettenstempel und zwölf Tage Motivstempel oder zwölf Tage Motivstempel und zwölf Tage Sprüchestempel, das ist aber nicht so mein Fall und dann habe ich mich am Ende entschieden, nee, ich behalte den Stencil Kalender und es reicht, also diesen chill mal ab in der Adventszeit Kalender. Der hat gekostet, inklusive Versand, 41,35. Ich habe mal geguckt, ein Stencil kostet bei Silke im Shop 6,30 Euro. Das war eine Gesamtsumme von 44,10. Also haben wir einen leichten Mehrwert. So, ich zeige euch, ich weiß nicht mehr welches in welcher Tür war, aber ich zeige euch die Stencil, die ich dabei hatte. Und zwar einmal hier, die sind immer, ich glaube 15x15 müssten die sein. Genau, 15x15. Hier so mit zuckersüßen Herzen, der gefällt mir richtig gut. Dann hatten wir hier einen mit so einem Stern. Finde ich auch richtig toll als Hintergrund. Diesen. Dann hier mit so Musiknoten. Auch richtig schön. Den kann man auch irgendwie in alle Richtungen verwenden, finde ich. Diesen. Haben die eigentlich einen Namen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, ob die limitiert für die Kalender sind. Ob es die so gar nicht zu kaufen gibt, das kann ich euch leider nicht sagen. Diesen hier haben wir. Das ist der Einzel, der mir nicht so zusagt. Aber ja, sowas hat man immer mal und finde ich überhaupt nicht schlimm. Diesen. Dann haben wir hier so einen Kleckses-Stencil, die man so einzeln verwenden kann. Finde ich auch richtig toll. Das. Dann hier so ein, ja, so wie Mauer-Stein-Optik. Auch richtig cool. Und als letztes, also der war auf jeden Fall im ersten Türchen drin, das weiß ich noch, so mit Sterne, so Galaxy-Hintergrund, würde ich es mal nennen. Ja, schnelles, kurzes Video, aber das war's. Das war der Strapbook Forever Chill Mal Up in der Adventszeit-Stencil-Kalender. Er hat rein der 36,40 Euro gekostet und wie gesagt, dann kamen 6,60 Euro Versand dazu, nee, gar nicht. 4,95 Euro Versand kamen dazu und deswegen 41,35 Euro. Ja, wir sind am Ende. Auch den habe ich euch jetzt gezeigt. Fand ich ganz cool eigentlich. Weiß ich nicht, ob ich mir nochmal holen würde. Aber jetzt hat man ein paar Stencil. Ja, bleibt dran, es kommt noch der Create a Smile Adventskalender. Und Leute, der ist so richtig zuckersüß. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.